Musik Das Ingenieur-College für Automatisierungstechnik öffnet heute allen Interessierten die Türen, die sich einen Überblick über die Ausbildung machen wollen. Und wenn ich so einen Haufen Knöpfsicht, da juckt es mir einfach in die Finger und da muss ich jetzt mal ausprobieren, was passiert. Musik Leon, du hast an dem Tag der offenen Tür auch mitgearbeitet. Wie ist denn der heute organisiert? Also wir haben uns für den Tag der offenen Tür verschiedene Stationen quasi aufgebaut, die quasi über den ganzen Bereich der Automatisierungstechnik gehen. In verschiedenen Räumen haben wir quasi Bereiche, wo man wirklich Metalle mit dem Mikroskop untersuchen kann. Teilweise haben wir Roboterstationen, wo sich die Leute Roboter anschauen können, wie die funktionieren. Und dann natürlich auch ein Elektrotechnik-Labor mit verschiedenen Messstationen und das ist ganz interessant. Wo sind wir denn gerade da? Jetzt befinden wir uns gerade im Elektrotechnik-Labor. Das könnten wir uns kurz einmal anschauen. Das schaut schon einmal ganz interessant aus, was der Kollege da macht. Was passiert denn da gerade? Ja, der Kollege hat da quasi am Computer eine Schaltung simuliert. Und die Schaltung, was er da quasi simuliert, die sieht man da auf der Seite. Ist da quasi aufgebaut. Und es wird dann da über ein Oszilloskop quasi veranschaulicht, was in der Schaltung passiert. Wie schaut das aus mit den Plänen? Da braucht man ja sicher vorher einen Plan. Genau. Muss man den selber erstellen? Richtig. Also entweder man macht das auf dem Papier, zeichnet am Plan. Oder es gibt auch Computerprogramme, wo man sich Pläne erstellen kann. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Was schauen wir uns als nächstes an? Also im nächsten Bereich schauen wir uns jetzt eine KNX-Gebäudeautomatisierung an. Und da haben wir als Schule so Koffer vorbereitet. Oder die Koffer haben wir uns selber gestaltet und entworfen und gemacht. Und das ist quasi so ein Übungsmodul, wo quasi die Schüler dann lernen können, KNX zu programmieren. Und eben KNX ist eben eine Gebäudeautomation, wo man mit Hilfe von Steuerung quasi ein ganzes Gebäude steuern und automatisieren kann. Das heißt die Beleuchtung, Schalusien oder ja quasi alles Mögliche. Man kann einstellen, wenn jetzt zum Beispiel der Wind durchs Gerdstag, dass dann quasi die Schalusien auifahren, dass dir der Wind nicht wegreißt. Genau, sowas ist eben da möglich mit der Automatisierung. Also wenn ich jetzt ein altes Haus hätte oder habe, könnte so eine moderne Technik eingebaut werden? Ja, das wäre natürlich schon möglich. In einem Neubau wäre es natürlich wesentlich einfacher als in einem Altbau. Ich meine, das KNX-System hat auch gewisse Vorteile, da man teilweise für die ganzen Schalt und so nur unzugs Kabel einzeichnen muss. Das heißt, das hat dann auch gewisse Vorteile, wenn man das jetzt nachrüsten will. Aber natürlich in gewissen Sachen muss man dann schon mehr, also mehr Aufwand betreiben. Es ist sicher möglich, aber ich hätte eine Baustelle wieder, sozusagen im Haus. Also es ist nicht nur ein kleiner Eingriff, sondern es wäre sehr aufwendig. Da hätten wir schon in gewisser Hinsicht schon mehr auf jeden Fall machen müssen, ja. Könnte man die Technik vom Handy aus auch steuern? Das ist möglich, ja. Also man kann mit einem zusätzlichen Modul sein Handy mit der Steuerung verbinden und dann quasi von der ganzen Welt aus eigentlich, wenn man mit dem Internet verbunden ist, schauen, ist jetzt zum Beispiel zu Hause in der Küche das Licht angeschaltet oder nicht und kann dann auch vom Smartphone aus das bedienen, also quasi das Licht ein- oder ausschalten. Also für mich ist ja das IKA eine völlig neue Schule in meinem Aufsichtsbereich. So der erste Eindruck, den ich bekomme vom IKA, ist, dass es eine sehr besondere Form einer Schule ist und hier schon pädagogische Umsetzungen passieren, von denen wir auch in anderen Bereichen gut lernen können. Was ich hier erlebe, ist auch, dass wir Schüler nicht nur aus dem Bezirk haben, sondern aus Vorarlberg, aus Salzburg, aus anderen Teilen Tirols und eine andere Besonderheit ist, dass wir Schüler, wir sagen zwar Schüler, aber dass es Menschen sind, die über 18 Jahre alt sind und es ein gutes Beispiel ist, was bedeutet lebenslanges Lernen und was bedeutet es, sich ständig weiterzubilden. Und von dem her bin ich sehr beeindruckt. Ja, wir machen da einen Heat Tower, dass wir herausfinden können bei Wöhn und Temperatur, dass wir das Filament am besten drucken können. Also da, je weiter das aufgedruckt, je geringer wird die Temperatur und dann findet man halt das beste Setup. Was testet ihr da gerade? Ja, das ist jetzt die Funktion Teach & Play von dem Roboter. Da ist es eben so, dass, also über das Display kann man das eben einstellen, dass das Gelenk da locker wird und ja, dann können eben die Positionen abgefahren werden und auch eine Pumpe kann eingeschaltet werden, damit eben die Klötze bewegt werden und der läuft dann das Programm dann wieder ab, also der spielt das wieder ab, das wäre die Rohrfunktion. Und ja, also jetzt fährt er gerade in die Grundposition wieder, weil jetzt haben wir eben das Programm gewechselt und fährt wieder seinen Bereich ab. Ja, sein tut es ein ziemlich einfacher Roboter mit zwei verschiedenen Achsen, also der hat eben einmal die Z-Achse, wo er rauf und runter fährt und die Achse mit der XY abfährt. Und ja, in dem Fach Robotik beschäftigen wir uns hauptsächlich mit der Berechnung momentan, also von den verschiedenen Koordinatensystemen. Also wir im EK sind ja eine technische, höhere Schule. Wir bilden berufsorientiert aus im Sinne von Automatisierungstechnik. Die neuen Schwerpunktfelder sind ganz klassisch Robotik, Automatisierung, Digitalisierung. Das sind, denke ich, die Themen, die in Zukunft in der Industrie, Wirtschaft und in der Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Und wir versuchen eben, Techniker, Technikerinnen für diese Arbeitsfelder auszubilden. Wie lange dauert die Ausbildung am IK? Die Ausbildung dauert unterschiedlich lange. Einerseits für Facharbeiter fünf Semester und für andere Besucher, Besucherinnen, sprich Fachschüler und Maturantinnen und Maturanten vier Semester. Welche Kriterien überprüfst du da gerade? Also wir schauen ein Gefüge an, von verschiedenen Wertstücken. Ein Gefüge wäre ja innerer Aufbau und die Struktur eben. Und ja, da können die Besucher eben das Gefüge anschauen von verschiedenen Materialien, auch Metallen. Wir haben dann verschiedene Sachen dabei, so eingebettete Metalle, zum Beispiel verschiedene. Und eben da hat die Messingrohr und ja, eben da, die haben alle ein anderes Gefüge und da kommt jedes Mal was anderes raus. Die Zielgruppen sind bei uns sehr differenziert und unterschiedlich und heterogen. Wir versuchen also einerseits Facharbeiter anzusprechen, die eine technische Lehre absolviert haben. Wir versuchen Fachschüler anzusprechen, die in HTL sind und keine Matura gemacht haben. Und natürlich auch Maturanten von Gymnasien zum Beispiel, die sich im technischen Bereich vorbilden wollen. Also eigentlich ist der Zugang zu uns für alle Gruppen möglich. Wir werden in Zukunft auch noch, und das ist eine neue Idee, ein Angebot schaffen, dass sozusagen auch eine berufliche Umschulung für Nicht-Techniker möglich ist, indem wir ein Semester noch voranstellen. Und zum Beispiel könnten dann auch als Beispiel Bäcker oder Köche dann sich zu Technikern im HTL-Bereich ausbilden lassen. Dominik, woran arbeitest du da gerade? Also das ist jetzt ein Winkelscharnier für eine Tür zum Beispiel. Wir lernen quasi den Aufbau vom Grund her, von den einzelnen Komponenten und fügen die miteinander zusammen. Und die kann man jetzt auch beweglich gestalten. Passiert auf dem Papier überhaupt nichts mehr? Nein, eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Das ist eigentlich alles alleine digital, weil man da viel mehr Möglichkeiten hat. Welche Programme kommen da zum Einsatz? Also wir haben als Fusion 360 und als Inventor nehmen wir einige her. Also wir sind ja als IK Reuthe eine lernende Schule. Das heißt für uns ist das ständige Weiterlernen in allen Bereichen sehr, sehr wichtig. Wir haben zur Zeit drei große Themenfelder, die wir bearbeiten wollen. Einerseits geht es uns darum, wie können wir noch das Lernangebot so gestalten, dass Lernen für unsere Erwachsenen Sinn macht. Das heißt Lernen in Projekten, Lernen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Herausforderungen, Themenfeldern. Das zweite, wir wollen uns auch thematisch erweitern, das heißt neue Inhaltsangebote bieten. Wir haben jetzt das Fach Robotik vermehrt dazu genommen, das wir ausbauen wollen, weil die digitalen Fragen in Zukunft einfach entscheidend wichtig sind. Und wir möchten auch unser Ausbildungsangebot dahingehend erweitern, dass wir an berufsbegleitende Ausbildungen denken. Das könnte bedeuten, dass die Menschen im Beruf, in der Firma bleiben und einen Teil davon zu uns in die Ausbildung kommen. Wie das aussieht, ist noch in Diskussion und offen. Zurzeit bin ich dabei, Modelle zu entwickeln. Momentan gibt es die Möglichkeit in Tagesform, zum Beispiel zwei Tage Schule, drei Tage Betrieb. Möglichkeit zwei ist das Modell des Abendangebots, das heißt Untertagsarbeit am Abend, Ausbildung. Und wie gesagt, diese Modelle werden zurzeit diskutiert. Bisher schon das Echo der Wirtschaftsindustrie ist sehr gut, weil von dort die klare Ausgabe kommt. Wenn die Leute in der Firma bleiben können und das sozusagen begleitend machen, gibt es viel mehr mögliche Interessenten, dass sie das dann auch wirklich annehmen.